Ihr wolltet euch schon immer wie ein echter Zauberer fühlen? Dann besucht die Warner Brothers Harry Potter Tour in London. Zuerst ging es für uns in die große Halle. Wir begutachten die ersten Kostüme und Requisiten. Und ein wenig zaubern durften wir auch. Danach ging es für uns in den verbotenen Wald und das war wirklich sehr gruselig. Wer eine Spinnphobie hat, sollte lieber wegschauen. Eins meiner Highlights war natürlich der Hogwarts Express und ein Besuch im Legusterweg. Man fühlt sich, als wäre man Teil des Harry Potter Universums. Es gibt zahlreiche Foto-Möglichkeiten und ein Butterbier durfte natürlich nicht fehlen. Sehr imposant war die Gringottsbank und die Winkelgasse. Das war ein kurzer Einblick in die Warner Brothers Harry Potter Studios Tour. Folgt mir gern für mehr.